Hallo, wie geht's? Ja, danke, gut. Und wie heißt du? Ich heiße Cosmin. Cosmin, wie alt bist du? Ich bin neun Jahre alt. Okay, du kannst die Geschichte lesen. Peck, die Hähne. Peck ist eine rote Hähne. Peck ist bereit zu gehen. Peck steigt in ein Flugzeug ein. Das Flugzeug ist schnell. Peck wird nass. Das Flugzeug fällt in ein Netz. Peck fällt ins Bett. Peck fällt ins Bett. Sehr gut, danke. Wie heißt die Hähne? Die Hähne heißt Peck. Welche Farbe hat die Hähne? Die Hähne hat die Farbe rot. Ja, wo steigt die Hähne ein? Die Hähne steigt in ein Flugzeug ein. Super, wie ist das Flugzeug? Das Flugzeug ist schnell. Sehr gut. Und wo fällt das Flugzeug? Das Flugzeug fällt in ein Netz. Sehr gut. Und wo fällt Peck? Peck fällt ins Bett. Super, danke schön, Cosmin. Tschüss. Tschüss.